Ja, hallo. Oh. Schön essen. Wo hat er den? Achso. Alter, ich krieg da auch immer Ärger für. Du räumst das jetzt auf, mein Freund. So, dann brauchen wir Hygiene. Hygiene? Alter, du kommst für nichts. Du bist ständig nur damit zu Gange, die Bedürfnisse zu befriedigen. So, was sind denn seine Aufgaben? Zwei Patienten behandeln. Dann werde ich befördert. Das heißt, ich muss mit auf die Arbeit gehen. Okay. Was ist denn hier? Drei Bücher zu Ende lesen. Level 3 der Logikfähigkeit. Ich bin doch völlig unlogisch. Okay. Er ist immer noch grummelig. Stell dich vor den Spiegel. Versuch dich zu beruhigen. hat sie Level 2 erreicht. Hey, der hat aufgehört. Ich kann mich nicht entsinnen, die erlaubt haben, aufzuhören. Geh es jetzt hier hin und trainier es bis an die Grenzen. Und wenn ich die Maus da drauf lasse, Freunde. Wirklich schneller. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 Horace, lauf. So, sehr gut. So, jetzt kannst du machen, was du willst. So. So, wird es besser? Nein. Energie. Okay, der Hund beschäftigt sich mit sich selber. Ich darf den Hund nicht vernachlässigen. So, wie spät haben wir es denn jetzt? 19 Uhr. Wir könnten noch ein Buch lesen. Wo sind die Bücher? Da, da. Was ist das? Alter. Wo ist sie? Die Heimkehr des verlorenen Hundes ansehen. Na dann. Dann mal was essen, ne? Jetzt ist was los. Er versucht zu lesen und sie guckt einen Film. Wieso kommt mir das so bekannt vor? Ach ja, Bozello hat ja Angst vor dem Fernseher. Wo ist sie? Voll der spannende Film. Und jetzt ist er verloren gegangen. Oh nein. Ah, der Hund ist weg. Klar, jetzt weiß der Hund nicht mehr, wo er ist. Und wie ist der Hund in die Wüste gekommen? Sehr geil. Sehr geil. Wo ist Bouncello? Er schläft in der Küche. Oh, du musst schlafen gehen. Mechtel, Mechtel. Wo geht sie hin? Sie geht auch schlafen. Aber er muss das Buch erst noch zu Ende lesen. Ah, Leute, hier ist doch los. So sieht's aus. So, was fehlt mir noch für die Castings? Also. Gitarre? Charisma habe ich, Fitness habe ich, ne? Habe ich Charisma auf zwei? Charisma auf zwei, Fitness auf zwei. Okay. Musikalisch sind wir überhaupt noch nicht. Gut. Alter, jetzt liest dieses Buch zu Ende. Oh, was ist los? Musst du raus? Nee, es geht nicht um, was ist los. Okay. Oh, er muss ganz dringend aufs Klo. Oh, nein, sie muss auch ganz dringend aufs Klo. Und wieso stinkt das hier? Hier kamen doch gerade Gestankwolken, oder habe ich mich da getäuscht? Das war doch gerade hier alles grün, ein Dampf. Leute, was ist hier los? Warum ist das so? Man weiß es nicht. Wacht er? Er müsste auch gleich mal auf den Pott. Und Hunger hat er auch. Es ist vier Uhr morgens. Und dann muss er gleich noch zur Arbeit. Ist sie eigentlich ausgeschlafen? Und es ist so, so. Du gehst duschen. Die ist nicht eingekackt, oder was? Äh, Leute. Äh, Kollege Schnüschu, du musst aufstehen. Oh Gott, mach jetzt mal das Scheißhaus sauber. Toll, nichts gegessen. Ja, dann isst doch was, Kind. Und fütter den Hund. Und danach gehst du mit dem Hund spazieren. Leute, was ist los? Ach komm, schaff's alleine. Gut. Ich geh kacken. Essen. Isst das. Und dann melden wir uns zum Casting an. Freunde. So sieht's aus. So soll es sein. So. So. So, Level 2 Fitness. Ah, Comedy brauche ich noch. Comedy und Gitarre. Und Charisma. Okay. Charisma habe ich. Wir machen als erstes mal salziger Sud. Der salzige Sud reinigt alles. So. Beginn um 9 Uhr am Dienstag. Also am nächsten Tag. Level 2 Charisma habe ich. Alles klar. So, ein bisschen Sozialaktivität bräuchten wir noch. Das heißt, wir könnten hier mal... Soziales Netzwerk? Nein. So, wir gehen mal in den Chat. Da haben wir soziale Interaktionen. Oder? Ist das nicht so? Keine Ahnung, ich mache das so wenig. Jo. Sehr unwohl. Schmutzige Umgebung. Schlechter Nachgeschmack. Das ist nicht gut. Wenn die Leute so unglücklich sind. Weißt du? Gourmet Obstkuchen. Ach, den haben wir immer noch. Okay. Der hält sich ewig, ne? Liebe in den Zeiten der Stulle. So, geht's dir besser jetzt hier? Wieso sinkt denn dein Sozialwert? So, was ist denn dein Inventar? Ein Kackhaufen. Tony! Wie sollt ihr ein Kackhaufen im Inventar? Jetzt habe ich so, schleppt sie denn... Kackhaufen mit rum. Ah ja. Runde, Runde. Kackbeutel. Haufen mitgenommen und vergessen wegzuschmeißen. Und die ganze Zeit in der Hosentasche. Ernsthaft. So. Ach, es ist ein sehr ruhiges Leben, ne? Es passiert nicht viel hier. Bei den Goodwills. Kommen wir auch zu nix. Was ist denn jetzt schon wieder zu kacken? Wir brauchen ein anderes soziales Interaktions... Was haben wir denn für Freunde? Nicht viele. So, komm, das reicht. Genau, schmeiß erst mal die Kackhaufen weg. Beide? Ne, nur einen. Schüssel ist schon wieder leer. Dieser Hund ist ein Fresssack vor dem Herrn. Wieso geht sie jetzt wieder nach oben, um zu telefonen? Versteht das alles nicht. Das stimmt mit den Leuten nicht. Geis. Zababia Vor. Zafo. Kanathorafibene. バerett. Wobiaszara. Afflen. Zabba. Oh, mab his. Wie ist denn das? Kemlistor. Zfraw. Oh nein, wir haben Rechnung. So erstmal schön hier telefonieren, das dauert. 549 Ach du Scheiße. So, was will sie denn? Mit einem Huhn spazieren gehen. So, weißt du was? Wir gehen jetzt... Wir gehen jetzt spazieren. Wir machen einen schönen mittleren Spaziergang. Weil es ist 11 Uhr am Montag. Da kann man mal ganz in Ruhe spazieren gehen. Finde ich. Fährt ein Auto vorbei. Yay, er freut sich. Yay, wir gehen los. Oh, haben wir Sommer? Denn es ist Sommer. War da gerade ein Kackhaufen? Da ist ein Kackhaufen auf der Wiese. Sie ist ja locker flockig easy für den Sommer angezogen. So, wohin geht's denn? Erstmal zum Strand. Ah, schöner Strand, weißt du? Da gehen sie. Da gehen sie wandern. Jetzt ist sie gut drauf. Weil sie schön mit dem Hund gehen kann. Das ist super. So, sie hat schön geplaudert. Das war gut fürs Sozialleben. Ach herrlich. Geht doch voran. Stehen sie da. Stehen sie da rum. Was ist denn das? So, der gute Käppi. Wie geht's ihm denn? Er ist relativ entspannt, ne? Sozialbedürfnis brauche ich nicht. Ich brauche uns natürlich ordentlich Geld verdienen. Aber fleißig. Fleißig arbeiten, hör mal. Nur so wird's was. Oh, schön durch den Park. Das ist gut. Gut. Geht's hin? Ach guck mal, wer ist denn da unterwegs? Der Gary. Hallo. Guten Tag. Sehr gut. Ich finde die Zeit, die rennt extrem. Oh, Clover. Vielleicht müsste ich was an der Zeit drehen. Das ist gar nicht so viel Zeit, wie du brauchst eigentlich. Aber es ist sehr real, ne? Der Tag hat einfach zu wenig Stunden. Was ist denn das? Ach, hier wohnen doch die Whiteys, ne? Whitey Broten. Süß. Was ist denn da? Landgrab. Hm. Es gibt ganz schön viele Streuner hier. Kann das sein? girls. paragrap Woher? Was ist denn der Hund? ob ich zu ihr rüberkomme und abhängen möchte habe ich heute noch irgendeine aufgabe ich habe heute keine aufgabe werden fürs casting sind wir soweit es geht gut vorbereitet oh nein ich habe den hund nicht bei hey ghostie wie geht es dir die ruft mich an und ist gar nicht da was ist denn mit der los die ruft mich an und ist gar nicht zu hause hat auch was komm wir tratschen macht man das nicht so ja hallo meine freundin hat mich eingeladen aber die ist gar nicht da hallo wie geht es mhm brinke flanobo san ahoi lavar ah makosa dina na ha 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 trova ha 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 supi ist der sin jetzt vor ach so katt zu streicheln ich dachte gerade was geht denn da ab gut dann würde ich mal sagen wir gucken mal was der gute käppi macht ne Und hier ist es so.